ok ich zeige euch heute mal was krasses und zwar welche waffe die beste ist und warum die ump besser ist als die p90 dazu rotzen wir einfach mal ein paar schuss hier auf die zielscheibe ihr seht ich habe jetzt 32 von 35 schuss getroffen auf 50 meter auf die zielscheibe warum erzähle ich euch das wir gehen mal kurz aus dem game raus ich habe mir mal die mühe gemacht und habe alle waffen bei allen waffen geschaut wie viele schuss ich treffe wir schauen mal ganz kurz wie dann meine trefferquote ist also ich habe immer zehn magazin rausgehauen mit jeder waffe die hier sieht und wir sehen hier von 250 schuss habe ich 238 getroffen mit der amp mit trefferquote von 95 prozent bei der beißen habe ich von 530 465 geschaut getroffen 87 prozent trefferquote js 9 85 mp5 80 p90 71 die p90 verzieht sich schon relativ stark dann kommt die erste assault rifle scar 68,2 m4 65 prozent getroffen interessanterweise die vektor verzieht auch extrem 65 prozent nur getroffen also ich treffe tatsächlich mit der vektor weniger gut als mit der m4 bemerkenswert bemerkenswert auf 50 meter wichtig alle anbauteile waren bei diesen teilen bei dem vergleich dran also ich habe immer die maximale ausbaustufe verglichen dann kommen die tommy gun was interessant ist weil die tommy gun hat zum beispiel kein kompi also die tommy gun hat deutlich weniger anbauteile beispielsweise als m416 ace akm mp9 die mp9 trifft unglaublich schlecht dann kommen die barrel das ist die waffe von der immer alle sagen dass sie am schwersten zu kontrollieren ist stimmt nicht die micro oc ist noch schlechter zu kontrollieren also wie gesagt ich habe einfach zehn schuss aus jeder waffe mit der maximalen ausbaustufe so wie es am anfang des videos gesehen haben auf 50 meter auf dieses ding gerotzt auf diese zielscheibe und dann einfach geguckt wie hoch ist die trefferquote so das bedeutet die ump ist eigentlich effektiv für mich die waffe mit der ich zumindest mal am besten treffe ganz wichtig die waffe mit der ich am besten treffe das heißt nicht dass es time to kill bei der waffe genauso schnell sein muss wie bei der barrel ja weil die barrel einfach mehr schaden macht und die natürlich auch unterschiedliche schussfrequenzen haben aber man könnte jetzt natürlich schauen wie ist die time to kill von jeder waffe das habe ich mal gemacht es gibt ja wacky jackys tabelle und ich habe mal auch geschaut wenn man diesen skill level hat als ich 25 prozent headshots macht zehn prozent nacken acht prozent schulter 32 prozent upper chest 15 prozent lower chest stomach fünf prozent und dann noch arme treffe also im wesentlichen hier den bereich treffe wie ich dann was für eine time to kill habe ich dann die time to kill ist bei der ump 0,32 bei der bison 0,36 bei der js 9 0,33 mp5 0,31 p90 ultra schnell 0,26 scar 0,31 vektor ist super schnell auch 0,27 tommy gun 0,29 auch schnell eigentlich ace 0,3 akm 0,3 mp9 0,3 also die sind alles so im rahmen 0,3 lustigerweise den tommy gun 0,29 die hat man nicht so auf dem schirm vektor wusste man dass die schnell ist aber die tommy gun zum beispiel hätte ich jetzt nicht so eingestellt die irgendwie relativ langsam eigentlich und die beißen auch super langsam 0,36 weil die beißen wenig schaden macht beziehungsweise eine langsame feuerfrequenz hat aber dann kommt der knaller wenn ich jetzt meine trefferquote damit multipliziere also ich teile quasi die time to kill durch die trefferquote dann kriege ich die effektive zeit die ich mit meinem skill level dass ich aktuell habe brauche um ein gegner um um zu holzen und da ist einfach die um p die beste die beste knarre das gold mal runter hier habe ich mal sortiert also einfach mal um sortiert mit der um p brauche ich auf 50 meter 0,33 9 sekunden bis ich genug schüsse auf die zielscheibe bekommen habe um das der gegner umfeld ohne rüstung ohne alles bei der p 90 sind es 0,37 also das ist halt einfach bemerkenswerter bei der um p es fällt mir der gegner schneller um bei meinem skill level als bei der p 90 das liegt einfach daran dass ich die die trefferquote bei der um p 95 ist und bei der p 90 nur 71 dann kommt die j ist 9 die j ist 9 ist nur minimal schlechter als die p 90 dann kommt die mp5 dann kommen die beißen vektor dann kommt zum ersten mal eine assault rifle dann kommen die tommy moment dann kommen die tommy und dann kommen die scar also die erste assault rifle kommt an platz 1 2 3 4 5 6 7 8 an achter stelle kommt die erste assault rifle das ist völlig crazy dann kommt die ace m4 akm die mp9 ist ganz schlecht und die uzi auch ganz schlecht und die barrel also wenn ihr die waffen nach gutheit sortieren wollt also sprich wie lang braucht ihr bisher auf 50 meter mit der treffer verteilung einen gegner erlegt habt also wenn ihr hier mit der treffer verteilung dann ist die ump besser bei mir als die p 90 das ist ein bisschen crazy finde ich man kommt die j ist 9 dann kommt die mp5k weißen vektor tommy das sind alles smgs das sind alles smgs also auf 50 meter schlagen die smgs alles es ist einfach so ich kann leider auf größere distanzen kann ich es nicht ausprobieren weil diese schießbaren nur auf 50 meter also die größte distanz die 50 meter ist aber natürlich auch wenn ihr auf größere distanzen geht ist natürlich eine höhere trefferquote besser als eine niedrige trefferquote das bedeutet auch auf 75 oder auf 100 meter würdet ihr mit ziemlicher sicherheit mit der ump noch deutlich besser sein als mit der barrel oder der uzi genau wichtig dadurch dass hier diese verteilung sich im wesentlichen auf den körper betrifft und nicht auf die extremitäten die extremitäten sind hier völlig unter repräsentiert unter repräsentiert die arme kriegen nur fünf prozent ab ist dieser damage multiplier für die für die für arme und beine noch nicht mal mit drin das bedeutet die smgs sind eigentlich effektiv sogar noch besser weil sie den damage multiplier haben der wird aber hier nicht berücksichtigt weil wir hier davon ausgehen dass der gegner dass wir schon relativ gut treffen und zwar nur in dem bereich hier wenn ich jetzt nur wenn ich jetzt noch schlechter treffen würde und hier noch arme höher gewichtet würde dann würde das sich sogar noch stärker verschieben richtung smgs und noch dazu läuft man mit den smgs schneller also es ist völlig crazy eigentlich man sollte im game smgs spielen aktuell sind die smgs overpowered im vergleich zu den assault rifles das sind es sind das sind alles smgs das sind alles smgs und hier kommen dann zum ersten mal die assault rifles also das macht wirklich wenn ihr eine dmr oder sniper dabei habt und für den nahbereich eine waffe braucht dann nehmt eine smg dann nehmt die ump die ump macht auf 50 meter mache ich mit der ump ein gegner schneller platt als mit der p90 und die p90 ist eine great waffe ja crazy wenn man es mal so darstellt wenn ihr es mir nicht glaubt probiert es aus holt euch das excel sheet von wacky jacky stellt euch auf auf die schießbahn und wenn es jemanden gibt der mit der barrel eine höhere trefferquote hat als mit ump dann schicken wir ein video davon also das ist ja unwahrscheinlich spielt die waffe mit der am besten zurechtkommt und objektiv ist die waffe mit der ich am besten zurechtkomme die ump objektiv das ist objektiv der fall das könnt ihr einfach hier sehen 95 prozent trefferquote zweitbeste waffe ist die beißen drittbeste waffe ist die js9 ich habe wirklich alle ausprobiert und ich habe unmengen an schüssen rausgehauen um diese zahlen da zusammen zu bekommen zehn magazine einfach stumpf auf diese zielscheibe geholzt es ist nicht so dass es irgendwie ein subjektives gefühl ist nein das ist objektiv treffe ich mit der ump 95 prozent der schüsse wohingegen ich mit der utzi nur 48 prozent der schüsse auf 100 meter treffe auf 50 meter treffe mit der barrel die hälfte mit der mp9 die hälfte mit der akm 60 prozent mit der ace 64 prozent jetzt schauen wir ganz kurz auch noch mal die assault rifles an scar ist die beste assault rifle für mich auf 50 meter treffe ich mit der scar kill ich den gegner schneller als mit der m4 mit der ace kill ich den gegner schneller als mit der m4 die akm ist schlechter als die m4 und die barrel ist schlechter als die m4 aber würdet ihr eine scar nehmen also wenn es gar neben der m4 liegt wenn er scar neben der m4 liegt würde die m4 nehmen oder die scar jeder würde die m4 nehmen aber die m4 ist objektiv nicht die bessere waffe die m4 ist die schlechtere waffe weil die scar den gegner nach 0,46 sekunden umkippen lässt wohin die m4 nach 0,5 sekunden den gegner umkippen lässt wenn ihr zwischen einer tommys tommy gun und einer m4 unterscheiden müsstet würdet ihr immer die m4 nehmen obwohl die tommy gun in meinem fall zumindest den gegner eine viertel sekunde schneller umfallen lässt oder 0,5 sekunden die vektor ist schlechter als die beißen die md js 9 ist nur minimal schlechter als die p90 ja das sind alles dinge die sind einfach crazy wenn man sich überlegt die barrel bei der barrel brauche ich fast doppelt so lang bis der gegner auf 50 meter umfällt wie bei der ump das ist ja also ja wenn man es mal so dargestellt sieht ja sind es finde ich extrem krasse zahlen die man so glaube ich noch nie gesehen hat mein tipp an euch geht auf die schießbahn rotzt magazine auf mit allen anbauteilen auf die zielscheibe und schaut mal wie bei euch die die trefferquote ist schreibt euch die trefferquote auf und dann findet heraus mit welcher waffe ihr tatsächlich am besten trefft und dann müsst ihr nur noch die time to kill aus wacky jackys excel tabelle nehmen und es miteinander multiplizieren ich zeige euch das mal wie das aussieht ich kann es hier glaube ich einblenden ihr teilt dann quasi die time to kill durch die anzahl der hits und dann kriegt ihr eure man kriegt ihr eure tatsächliche time to kill raus und das ist quasi die zahl die euch interessiert also die anzahl der hits durch die time to kill wenn er jede waffe auf voll auto schießt und dann wisst ihr welche waffe für euch am besten ist und das ist lächerlich ich weiß es ist lächerlich aber die ump ist für mich besser als die p90 und doppelt so gut wie die utzi oder die barrel nur damit das mal gesehen habe ich finde diese einsichten ziemlich bemerkenswert ich glaube nicht dass irgendjemand den ich gefragt hätte gesagt ja die beißen ist deutlich besser als die m4 oder die utzi ist schlechter als naja die utzi ist schlechter als die tomigan zum beispiel das sind so dinge die weiß man erst wenn man es ausprobiert hat die vektor ist schlechter als sie beißen wie krass ist das bitte schön also hätte ich niemals gedacht dass die vektor schlechter ist als sie beißen die p90 ist schlechter als die ja ziemlich crazy ich hoffe dieses video hat euch was genutzt probiert aus schreibt mir in die kommentare wie es bei euch ist würde mich sehr interessieren ja und ich freue mich auf auf eure nachrichten in den kommentaren und falls es euch spaß gemacht hat like und subscribe falls ihr was neues gelernt habt und kommt gerne auch zu uns in den discord beziehungsweise in den ja in den discord server oder und in den dod clan dann können wir mal gemeinsam eine runde zocken okay ich hoffe es hat euch spaß gemacht ich wünsche euch einen schönen tag passt auf euch auf und bis zum nächsten mal schaut ja